Wo ist denn der Zug? Weg da, weg da, weg. Ah, Mann, 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 typisch Bremer. Vielleicht kann die Frau mir da ja helfen. Entschuldigen Sie, wo geht es denn zu den Zügen? Tut mir leid, ich muss weg, frag die Katze. Und was war jetzt mit der los? Und welche Katze meint sie überhaupt? Ich frag mal die Frau da hinten. Hallo, wissen Sie, wo es zu den Zügen geht? Nee, tut mir leid, mein Pferd kommt gerade. Frag doch die Katze. Aua, was ist eigentlich hier in Bremen los? Ich muss doch jetzt wirklich zum Zug. Ich bin die Katze, komm, spring rein. Yippie. Miau.